Es gibt zwei Sachen, da bin ich richtig raus. Welche denn? Vom Boxer, kein Plan. Ah, okay, ja, okay. Kannst du's nochmal erklären, ich hab' ich zugehört. T-Lit hab' ich's natürlich. Schade. Scheiße, ey. Na? Verstehst du? So ein Ding. Dein Tag bin ich grenadenlos schlecht, äh, Bundesliga, Städte. Sortiert diese Bundesliga-Städte nach ihrer Einwohnerzahl. Die meisten Einwohner nach ganz oben, die wenigsten nach ganz unten. Vorgegeben ist Dortmund. Uh. Ähm. Leverkusen weniger Einwohner, also daunter dann, ne? Richtig. Frankfurt hat mehr als Dortmund, glaub ich, also über Dortmund. Korrekt. Bremen ist ein ganz heißes Pflaster, sag ich dir. Müsstest du doch wissen, ne? Ja, aber das ist, müsste beides bei der halben Million sein, weißt du? Aha. Deswegen, das fasse ich nicht an. Äh, ich würde sagen, Mainz zwischen Dortmund und Leverkusen. Das ist richtig. Wie viel hat denn nochmal Stuttgart? Die wollen nicht. Stuttgart hat viele. Stuttgart müsste über eine Million haben. Echt? Oder? Stuttgart mach ich über Frankfurt. Das ist falsch. Echt jetzt? Wie viel hat denn Stuttgart? 626.000. Frankfurt 700. 759. Ja. Dortmund 586. Bremen 563. Bochum 363. Augsburg 296. Mönchengladbach 261. Mainz 217. Leverkusen 163. Wow. TV-Serien. Scheiße. Boah, da bin ich auch so raus, ne? Sortiert diese TV-Serien nach ihrer Erstveröffentlichung. Wow. Die früheste nach ganz oben, die späteste nach ganz unten. Vorgegeben sind die Simpsons. Äh, Game of Thrones und der Simpsons. Richtig. Schaust du keine Serie von denen? Mhm. Ich würde sagen, Breaking Bad zwischen Simpsons und Game of Thrones. Richtig. Echt? Das ist schon mal gut zu wissen. Ich hätte gedacht, es wäre drunter. How I Beat Your Mother ist, boah, das ist schwierig. Es ist auf jeden Fall über, ich mach's, ich probier's. How I Beat Your Mother über Breaking Bad. Richtig. Boah. Also Simpsons wird ja nicht die älteste Serie sein. Raumschiff Enterprise. Das ganz unten kennst du ja auch noch, ne? Ja. Könnte sehr alt sein. Teletubbies könnte auch aktuell sehr alt sein. Wann hat Simpsons angefangen? 2003? Ich sag früher. Ja? 1900? Irgendwas auch schon. Hätte ich gesagt. Aber vielleicht auch so 2000 was? Ja, so was. Irgendwie sowas. Ich mach Teletubbies über Simpsons. Das ist falsch. Scheiße. Unanza war 1959, Star Trek 1966, die Simpsons tatsächlich schon 1989. Oha. Akte X 93, Teletubbies 97, How I Met Your Mother 2005, Breaking Bad 2008, Game of Thrones 2011 und Stranger Things 2016. Crazy. Wie viele davon habt ihr gesehen? Wie viele von den aufgezählten? Ich hab nur Game of Thrones gesehen. Simpsons aber ... und Teletubbies. Aber mit Jamal hab ich gesehen, Breaking Bad, Game of Thrones, Stranger Things bisschen. Teletubbies natürlich. Eins zu eins. Ich hab ein bisschen Bock auf Entfernung. Dann kriegst du das. Sortiert diese Stadien nach ihrer Entfernung Luftlinie zum Signal Iduna Park. Die größte Entfernung nach oben, die niedrigste nach unten. Vorgegeben ist das Giuseppe Märzer Stadion. Ganz eklige Sachen. Maracaná ist weiter weg als das Giuseppe Märzer Stadion. Richtig. Johann Kreuf Arena müsste näher sein als das Giuseppe Märzer Stadion. Richtig. Das Olympiastadion Berlin zwischen Giuseppe Märzer Stadion und das Johann Kreuf Stadion. Ja, genau. Korrekt. Jan Dreidel, was ist das für die Stadion? Santiago Bernabeu ist ... Ganz heißes Eisen. Spanien jetzt näher. Muss ja wissen, Giuseppe Märzer, Mailand ist ja jetzt nicht, ist ja Norditalien. Ja. Anfield ist weiter weg als das Giuseppe Märzer. Falsch. Und? Also zwischen? Zwischen Maracaná und Giuseppe Märzer. Richtig. Ja, das ist gut. Das Ibrox ist das Glasgow Rangers. Dann über Anfield. Richtig. Was ist denn das Jan Breidel Stadion? Das weiß ich nicht. Das Santiago Bernabeu ist weiter weg als das Giuseppe Märzer, also zwischen Anfield und ... Das ist falsch. Echt? Näher dran, oder? Maracaná ist entfernt 9632 Kilometer. Santiago Bernabeu schon 1495. Ibrox 912. Enfield 797. Giuseppe Märzer Stadion 680. Stade de France 461. Aber dann ist doch das Bernabeu weiter weg als das Märzer. Ja. Habe ich doch gemeint. Aber zwischen Ibrox hast du es genommen. Ah, okay. Ja, okay. Und Jan Beidel Stadion ist FC Brücke. Ah, okay. 2-1. Eins brauchst du noch, Julian? Dann hättest du gewonnen. Es gibt zwei Sachen, da bin ich richtig raus. Welche denn? Vom Boxerkamplan. Bei Feiertage könnten wir uns halt schon ... Ich mach Feiertage. Kriegste. Wahrscheinlich von Januar bis Dezember, ne? Oh ja. Sortiert diese deutschen Feiertage nach Datum. Der frühste nach ganz oben, der späteste nach ganz unten. Vorgegeben ist Neujahr. Keiner Streifen mehr. Den ersten Weihnachtsfeiertag unter Neujahr. Richtig. Den Pfingstmontag und am ersten Weihnachtsfeiertag. Das ist falsch. Das ist falsch. Pfingstmontag ist im Mai und Weihnachtstag ist im Dezember. Ja, aber Weihnachten ist doch Dezember. Das war anders. Dann habe ich es falsch gemacht. Sorry. Schade. Neujahr ist quasi oben ist der Erste und dann geht es runter. Richtig. Jetzt haben wir ein Entscheidungsmatch so gemacht. Ne, okay. 2-2. Ihr dürft doch mal wählen. Ja, dann nehme ich mal Ziele im Sport. Gute Wahl. Danke. Sortiert diese Tore oder Ziele im Sport nach ihrer Breite. Das breiteste nach ganz oben, das schmalste nach ganz unten. Vorgegeben ist Fußball. Kannst du es nochmal erklären, die habe ich zugehört. Bitte. Der Basketballkorb ist kleiner als ein Fußballtor. Richtig. Also Golf ist unter Basketball. Richtig. American Football ist, da geht es ja auch um das Field Goal sozusagen. Das ist über Fußball dann. Das ist falsch. Und der Breite. Das war das die ganze Zeit, was ich mir überlegt habe. Ist es nicht breiter? Sieht für mich schon groß aus. Ja, es ist schon riesig, aber weil es halt so hoch ist, glaube ich. Fußball ist 7,30 Meter, Football 5,60 Meter. Das ist ja eine Farce. Glückwunsch. Toller Sieg. Das ist ja albern, wie der gewonnen hat.